Männer Rohans! Hier! Schön, dass das noch überhaupt nicht viele sind oder so. Zurück, 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 zurück. Hallo! Wie wär's mal, wenn ihr da schießen würdet? Erschlagt sie an! Reikadabark, schreibt sie zurück! Erschießt sie! Danke! Zurück, 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 zurück. Zurück! Das ist schön, dann kaufen wir das doch gleich mal. Zurück, 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 zurück. Das hab ich erfolgreich abgeschlossen. Ah, gut. Wunderbar! Ich dachte mir irgendwie, dass das nicht lange dauern wird. Uh, eine Minute noch. Okay, wir haben's fast geschafft. Zurück! Zurück! Okay, und Steinwurf. Ja, das ist gut. Einfach mal ein bisschen hier von da hinten beschießen. Jetzt kommen sie. Da sind sie! Mögen sie hier verfaulen! Der Feind in Deckung, Männer! Zurück, zurück, zurück. Zurück. 30 Sekunden noch. Komm schon. 20. Schau, wie die den einfach umhauen. Ja, komm, schieß doch, schieß doch, schieß doch, schieß doch, schieß doch. Erschießt sie! Mögen sie hier verfaulen! Okay, zurück. Zurück, 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 zurück. Hier, vorwärts! Haltet die Augen offen. So, na, komm. Ja, wirf den Stein noch. So, na, komm. Unsere Toten werden angegriffen! So. Nieder mit euch, ihr Bestien! Ja, ja, ja. Haltet die Augen offen. Treibt sie zurück. Ist das denn noch keine Rüstung? Doch, haben sie gut. Unser Land versinkt im Schatten. So. 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 Los! Los! Ja, jetzt wird der Kampf ganz anders ausgehen. Wir werden angegriffen! So, ich werde es auf jeden Fall so machen, da ich mit Hellebaden zu rechnen habe. Die Schlaft wartet! Top 1, allerdings inklusive Eomer. Unser Land versinkt im Schatten. Reiter dein Arm! Top 2. So. Dann wollen wir doch jetzt mal. Erst mal ranholen. Ihr haltet euch zurück. Du bleibst hier stehen im Steinwürfen-Modus. Hier schießt man hier ein bisschen mit Pfeilen einfach. Und zurück. Lasst uns Orks jagen! Ihr geht auch zurück. Männer Rohans! Wir müssen unser Land verteidigen! Du stellst dich mal hier hin. Sie haben angegriffen! Und zurück. Beeilen wir uns! Behalten die Augen! Er folgt mir! So, nimm's. Da kommen immer wieder neue und wir kommen so nicht voran. Also, ich glaube, sie schicken ihre Hellebaden nicht. Das heißt, ich lasse euch mal hier und nehme euch mal mit hier runter. Zu den ganzen Sägewerken. Sonst kommen wir nämlich überhaupt nicht voran. Hey, die verfolgen uns ja. So, du gehst dann da natürlich auch zurück. Ist ganz klar. Wir müssen uns einfach verfolgen. Gut, okay. Regen mir! Kein Problem. Ja, wo ist eh mehr? Egal. Gefolgt mir! Verteidigt dieses Land! Möchten Sie hier verfolgen! Ist ja alles im Ordner? Ja, alles im grünen Bereich, würde ich sagen. Reiten Sie zurück! Wir müssen unser Land verteidigen! Beeilen wir uns! Weil, wie gesagt, wir müssen jetzt hier mal ein paar Sägewerke zerstören, damit wir die Ents als Unterstützung kriegen. Könntet ihr die vielleicht mal angreifen? Danke! Beeilen wir uns! Da ist mal schon mal ein Sägewerk wieder. Das ist schön. Ja, vorwärts! Weil die sind jetzt hier alle nah beieinander und das ist kein Problem. Ah, hier kamen die her. Ich seh schon, ne? Sehr schön. Du stellst dich dahin. Und zwar im Steinwurfmodus. Hier machen wir gleich weiter. Hier ist alles gut. Ein bisschen zurück einfach mal. So. So, da ist der Nächste. Ist auch in den Steinwurfmodus. Du gehst ein bisschen zurück. Und in den Nahkampfmodus. Du stellst dich dahin. Auch in den Nahkampfmodus. Und du nimmst das nächste Sägewerk vor. Zurück. Ich sagte zurück. So. Wunderbar. Wir müssen unser Land verteidigen. Der Fall ist unter uns Männer. Okay. Alles wunderbar. Rohan darf nicht untergehen. So. Dann machen wir uns hier mal unseren kleinen Außenposten hin. Unser Land versinkt im Schatten. Die Schlacht wartet. Alles gut. Ja. Wunderbar. Dann können wir mal schauen. Noch keine neuen Sachen. Dann machen wir das so. Zack. Was habe ich jetzt da gebaut? Okay. Machen wir hier den Brunnen hin. Und hier noch ein Geheft. Reiter der Marken. Holt eure Waffen. So. Ihr könnt jetzt zum Beispiel mal hier das zerstören. Sie haben angegriffen. Das wäre doch eine Idee. Unsere Festung wird angegriffen. Au. Zurück. Zurück. Das Gehöft ist fertig. Da sind sie. So. Das wird gerade alles gebaut. Das ist wunderbar. Dann können wir weitermachen. Beheilen wir uns. Vorwärts. Sind da bestimmt noch irgendwo ein paar Sägewerke. Verteidigt dieses Land. Los. Vorwärts. Hier sehe ich erstmal jede Menge Wasser. Los. Da ist ein Sägewerke. Verteidigt dieses Land. Das sieht aber schon Level 3 aus. Wir müssen unser Land verteidigen. Wir wollen Heiblingfleisch. Das wird ihnen auch nicht helfen. Das sind unsere N's. Die werden das verteidigen. Schlacht wartet. Ihr haltet euch zurück. Hoffe ich. So. Hierin. Du bist im Steinwürfenmodus. Das ist gut. Menschen der Ritter. Was nicht so gut ist, ist, dass du nicht im Steinwürfenmodus bist. So, jetzt geht Abnau. Oh, 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 oh. Jetzt kommen sie alle wieder. Schade, dass es hier nicht geht. Unter uns Männer. Menschen der Ritter macht. Ach nein. Nein, 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 nein. Nein. Don't do stupid things, please. Macht euch kampfbereit. Beziehungsweise du bringst da oben überhaupt nichts. Geh mal da runter. Rohan darf nicht untergehen. So, und hier rennt ihr mal rüber, hier. So, und wieder zurück. Ihr könnt hier drüben landen, das ist wunderbar. Ist das so, ja. So, du bleibst hier. Dann haben wir hier noch und zurück, zurück, zurück. Vorwärts. Dann gehst du mal dahin. Auch in den Steinloch-Modus. Und wieder zurück. Da ist noch ein Sägewerk. Schneller. Ah, okay. So, dann schauen wir mal hier unten. So, du stellst dich mal dahin. Du stellst dich mal dahin. So, also, ne, dahin. Rohan darf nicht untergehen und brennen. Dies ist unsere Stunde. Ochse. Ihr seid im Nahkampf, das ist das Wichtigste. Ich tue jetzt auch mal dahin. Rohan darf nicht untergehen. Lasst uns Ochs jagen. Okay, Nahkampf, bitte. Unser Land versinkt im Schatten. Und zurück. Alle Nahkampf, alle Nahkampf. So, wie sieht's aus? Okay. Wir retten Mary und Pipi noch, bevor wir hier das Lager zerstören. Und hier kann jetzt meine Heilung nicht schaden. So. Mein Gott, wie viele Rohstoffe haben wir eigentlich am Anfang bekommen? Und zurück. Kurz hierhin zurück. Während wir hier schon mal ein bisschen pushen. Bleibt wachsam. Kommst du. So. Macht euch kampfbereit. Los. Na ja, lasst es dir nur kommen. Schön, wie schnell die sind. Dies ist unsere Stunde. Bleibt wachsam. So. Zurückhalten bitte. Und wirft den Stein. Haltet die Augen auf. Bleibt wachsam. Reiter der Mark. Ja. Ja.